So, wie greift ihr die jetzt? Also ich habe die jetzt in der Hüfte, in der Hüfte, in der Klammerkirche greift dann nach oben an den Oberschenkel mit dem Klammerkirche, wie das hier ist. Also ich glaube, die Marina hat sich jetzt noch an der Hüfte. Genau, falls sie einknickt. Also die Hände von der Kniehöhe aus, ihr seid doch auf der Knie. Schnee, Knie ist hier. Achso, das ist ein Oberschenkel. Und? Dann treibe ich wieder in die Hüfte, dass ich da abklicken kann, ich um die Schulter und helfe dann mit dem Klammerkirche. Okay, und nach vorne?